hallo und herzlich willkommen zur neuen folge hör mal wer der hämmert und mit dabei ist heute kai leute wir müssen eine windmühle bauen eine windmühle nicht mal was cooles ist so so ein hut ist ja ziemlich langweilig zum beispiel oder blumen das letztes mal hatten blumen ging eigentlich ich fand blumen auch ziemlich langweilig sagen wir ehrlich wer will eine blumen sehen windmühlen das ist der neue shit so windmühlen erst mal aus holz so ein kastenbuch ach ne moment in dem mal das unverarbeitete holz sieht das ein bisschen schicker aus haben wir alles bei gronk gelernt ich habe auch so eine ähnliche windmühle es sieht einfach gut aus was er baute kann man nichts sagen wer jetzt gronk ja das war so der erste der hier die holzfehler als ja stimmt als seiten benutzer als seiten träger ja es sieht halt auch echt besser aus so eine windmühle wort man schon mal eine windmühle gesehen außer auf dem foto hände windmühle ja so eine richtige bilder weiter ist eine ja ja ich sage dir nach der aufnahme wo ich meine macht es mal ich habe noch nie so eine richtige windmühle gesehen so real life alleine wenn du nach kuxhaven fährst sind da welche er weiß noch nicht ja gut kuxhaven das ist ganz schön viel arbeit hier ins holz ganze holz hier aufzubauen vor allem wenn man sich so viel in höhe gibt normalerweise hier ist alles aus einer holz sollte gebaut aber bei so einem tollen thema ja windmühlen finde ich jetzt echt schon eine coole sache so ja windmühlen sind schon toll so solche noch höher bauen doch so klein darf ja nicht werden sonst explodiert die einfach instant weil man sich erkennen kann als wieder mal heißer bleeding gibt ja bei mir fliegt irgendwer in der map rum alter bei dir ja da fliegt so ein typ lang hier ist keiner ich weiß ja nicht was du genommen hast aber da ist doch noch als ob wir sollen da rumfliegen batman oder was das frage ich mich auch wieder rumfliegen sollte hat der namen über seinem kopf oder jetzt ist er wieder weg das wahrscheinlich nur irgendwie einer der über die mauer geflogen ist was für eine mauer und du kannst auch über die abgrenzung fliegen ja 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 da kann man sehen was die anderen bauen oder was weiß ich könnte würde ich mir so erklären sonst könnte ich mich erklären dass hier bei mir im map rumfliegt als ob das so geht ja jetzt erzählen er ist wieder einer hey irgendwas mit skinn ist irgendwas hier skinn so und so bei mir ist einer mit jasper tom rum geflogen okay boah ich hab gerade nicht ein großes problem diese rotor blätter wie soll man die inbauen du fliehst auch bei mir rum als ob ich stehe gerade bei mir von meiner windmühle bei mir wirst du gerade rum geflogen komisch das ist bestimmt gerade irgendwie so ein bug dass ich halt sehe was das wie die anderen fliegen ja das ist vom server aus dem weg scheiße wie soll man das denn jetzt bauen oh nein nicht abstürzen jetzt das ist echt die schlechteste windmühle überhaupt dies asynchron oh mein gott schlinder holz bauen holz hilft ja bekanntlich alles ich will bis nur nach der bahn rein bauen ja da ist keine zeit mehr für nein nein da teilen wir es ab da fehlt ein stückchen holz das ist keine windmühle so was haben wir denn hier schönes wow naja ist das eine windmühle sieht die so aus oh nein ich hab nicht gevotet oh scheiße weiß ich nicht das sieht aus wie so ein gesicht oh was haben wir denn hier das ist groß das ist groß und richtig gut gebaut ja das bekommt ein gurt das bekommt ein gurt oh ja nicht explodiert wie scheiße boah was ist das denn das ist nackenkreuz man das kriegt erstmal ein report ist so vor allem die teile hier sind größer als die ganze windmühle so sieht die doch nicht aus jetzt mal ehrlich so was haben wir hier regen eine windmühle im regen oder so naja das ist ok aber irgendwie verstehe ich nicht warum es regnet ja ne das gibt mehr das sieht aus wie ein hut oh da kann man reingehen hallo ist hier noch was keine windmühle das meister bleeding ganz ehrlich bei mir auch was soll das denn jetzt gleich weg tödlich hoch das ruft zu uns zur explosion auf jeden fall was macht der denn hier was hat er hier gebaut ich kann das kann ich erkennen alter weil der so viele explosion ja gleich die nächste explosion weg es gibt ja keine folge haben wir wer der helm hat oder dass irgendwas explodiert das ist eine coole idee hier ja so ein weil das ist kann man schon machen sie doch ganz ehrlich aber die ist halt echt ein bisschen kleiner deswegen okay die finde ich ganz gut jetzt okay warum nicht übertreiben so was das hier sieht aus wie eine säule und schon wieder ein harten kreuz nee naja ist bekommen okay weil es groß gebaut ist und weil hier noch so ein typ drin steht aber einer von guck mal einer von den beiden säulen war falsch rum die haben beide die gleiche richtung gezeigt was ist das denn hä hier sieht aus wie eine statu ach da wolle das erst hier drauf bauen dann ist nicht umentschieden ah nee ich baume lieber nur diese koch ne ich will nicht okay geben da ist hier ein pferd drin ja alles weg ah nee meister bleeding kommt schon das ist keine windmühle man nicht erben das ist meister bleeding was ist das ist doch nicht alles aus holz oh mein gott so was haben wir hier oh das könnte deins sein oder das ist schön oder naja ist ein bisschen verkannt das sind normalerweise doch vier von diesen dingern aber ist gut ist gut ja die andere hat nicht hingepasst Profis so und ich glaube du hast gewonnen ne aber vierter also immerhin ja das ist okay ganz okay ne würde ich aussagen das war king slayer ne wer war das eigentlich war das hat er gut gebaut ja das war glaube ich diese im wald achso ok ja das war eine erfolgreiche runde nicht explodiert was wollen wir mehr jetzt gibt es noch ein special oh ups ah nein jetzt habe ich ein feuerbild gewechselt scheiße slash hub wollte ich da nur eingeben jetzt zeigen wir euch nochmal nehm ich ihn noch auf glaub ich nehm ich mehr auf oder äh ja äh hallo wenn ich mal aufnehme ok gut was ich euch zeigen wollte ist meinplex.eu hat eine neue lobby also was heißt neu vielleicht gibt es die schon länger aber uns ist gerade das auch gefallen und die sieht echt mega sick aus oder ja ja die ist hier ich finde das war schön hier so also ist schon schön ja auf jeden fall das hat was ja jetzt hat man hier seine ganzen spielmodi schon auf der rechten und linken seite stehen und jetzt kann man hier zu das ender portal ja aber das zeigen wir auch nochmal dann spaut man wieder direkt am anfang genau und es öffnet sich auch gleich schon das game menü das ist doch toll oder ja das war's dann mit dieser folge hörbar wer da hämmert wir hoffen es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein haut rein tschüss tschüss